Es gilt die Ruhe zu nutzen für ein kurzes Gruppenbild, bevor die Türen aufgehen und der Ansturm beginnt. Alle Schüler der Konradin-Grundschule in Kaufbeuren freuten sich riesig über die spendierte Theateraufführung. Deswegen bekamen zuerst einmal die Sponsoren einen kräftigen Applaus. Die Rückmeldungen sind total positiv. Das hat uns auch bestärkt, unser Engagement zu verlängern. Es macht einfach auch Spaß zu sehen, wie hier dieses engagierte Theater Eukitea für Kinder spielt. Wenn man dazu sieht, wie die Kinder das aufnehmen, das ist einfach fantastisch. Und mehr Freude kann man sich mit einem Sponsoring, glaube ich, nicht erzielen. Ernste Themen kindgerecht verpackt, das ist Eukitea. Dieses Mal stellten die Schauspieler die Frage, was ist Gewalt? Es zeigte sich, dass die Antworten darauf auch vom Geschlecht abhängig sind. Mama, Papa, Mama, Papa, jetzt hört mir halt endlich mal zu. Auch für Fachleute ist es schwer, den Unterschied in Worte zu fassen. Die Mädels sind ihnen in einer gewissen Weise voraus. Oder sie werden auch so, das ist schwierig. Aber meiner Warte, die Jungs dürfen nicht mehr so jung sein. Es gibt keine so Ecken, wo die Jungs wirklich jung sein dürfen. Die brauchen das auch, dass sie sich miteinander rangeln und so. Deswegen liegt es den Schauspielern von Eukitea am Herz, den Jungs passende Handlungsoptionen zu zeigen, damit solche Szenen nur im Theater passieren. Szenen nur im Theater같ön, den GC COVID-19 aufz ca. Stop!